Palm wollte mit dem Betriebssystem, WebOS und den Bri-Geräten vor einigen Jahren eine Konkurrenz zum iPhone erschaffen, die nicht nur genauso smart und durchdacht war, sondern sogar darüber hinaus ging. Und das in einer Zeit, in der Apples Mitstreiter noch größtenteils nur an ihren kühnsten Träumen ein solches System vorzuweisen hatten. Wie das ganze aussah und warum Palm, bzw. später dann HP, bis heute von vielen Kennern nachgesagt wird, dass es seiner Zeit voraus war, aber leider immer zu Unrecht, von der Mars ignoriert wurde, versuche ich euch hier anhand des letzten Gerätes aus dieser Ära, dem HP-VIA, zu zeigen. Aber bevor wir zum eigentlichen Review des HP-VIA kommen, erst einmal ein kleiner Rückblick, ein wenig Geschichte. Wir schreiben das Jahr 2009, iOS ist erst in der Version 2.0 und nur unter dem Namen iPhone OS bekannt und Android hat gerade seinen Marktstart mit der ersten kommerziellen Version hinter sich. Das iPhone bekam sein App-Store und hat gerade erst gelernt, MS zu versenden und Google stuf zusammen mit HTC das HTC Dream, das erste Android-Smartphone, das nach heutiger Sicht in Sachen Hardware und Software mehr als scheiße aussah. Es war langsam, alles andere als intuitiv und durchdacht und es war hässlich. Was Android zu dieser Zeit konnte, könnte man nach heutigem Stand mit, naja, es lief halt beschreiben. Ich hoffe, ich trete ja keinem iPhone- oder Android-Fan zu sehr auf den Schlips. Zu dieser Zeit stellte Palm, welches später von HP aufgekauft wurde, auf der CES 2009 das Betriebssystem WebOS mit dem Smartphone Palm Brie vor. Also bei allem, was ihr jetzt bei diesem Review sehen werdet, behaltet das, was ich erzählt habe, bzw. in welcher Zeit wir etwa sind, im Hinterkopf. Auch wenn das HP VIA nicht 2009, sondern aus dem Jahr 2011 ist, sind der Grundgedanke, die Ideen und der Aufbau sowie das Design des Smartphones seit WebOS-Vorstellung nahezu gleich geblieben. Das HP VIA stellte mit dem größeren Flaggschiffgerät, HP Brie 3, das Ende der Smartphone-Ära von HP und sei gleich auch mit WebOS dar. Und nun kommen wir zum eigentlichen Review des HP VIA. Das erste, was mir sofort bei diesem Gerät auffällt, ist die Größe. Es ist so klein, heutzutage könnte das fast schon als Smartwatch durchgehen. Weiter merkt man natürlich sofort, dass das Gerät größtenteils aus Kunststoff besteht. Er hat zum Glück aus einem matten, gummierten Kunststoff, der zum einen keine Fingertopsel zulässt und zum anderen einen guten Grip verleiht. Aber ein hochwertiges Gefühl verleiht einem das Gerät leider nicht wirklich. Doch trotz der geringen Größe liegt es erstaunlich gut in der Hand. Die runde Form und die Anleitung der Tasten tragen hier stark dazu bei. Zum Beispiel liegt der Powerbutton nicht komplett seitlich, sondern gut zu erreichen, ganz an der Kante der Oberseite, neben dem Einschub der SIM-Karte und dem Mood-Switch. Hier muss man aber gleich mal erwähnen, dass die SIM-Kartenöffnung wirklich für die Tonne ist. Das Ding ist fast unmöglich zu öffnen, aber man muss ja zum Glück nicht allzu oft herankommen. An der rechten Seite befindet sich der Connector für das Ladekabel bzw. Datenkabel und anderes Zubehör. Auf der linken Seite haben wir dann die Lautstärkwippe, die keine Kennzeichnung besitzt, aber einen akzeptablen Druckpunkt bietet. Die Unterseite ist ebenso langweilig, denn sie ist komplett blank. Interessanter ist hier die Rückseite. Hier haben wir oben angefangen die Kamera, die genau neben dem Lautsprecher des Smartphones liegt. Der Lautsprecher ist hinter einem verkrumpenden Plastikgitter versteckt. In der Mitte haben wir dann noch das HP-Logo, das leider nur aufgedruckt und nicht wie beim Pre 3 erhaben ist. Das Display, die Ohrmuschel sowie das Touch-Bedienfeld mit Benachrichtigungs-LED finden wir natürlich auf der Vorderseite. Wir haben hier keine Frontkamera im eigentlichen Sinne, aber dazu kommen wir später. Im Inneren werkelt hier ein schon lange in die Tage kommender MSM 7230 Prozessor, der gerade mal mit 800 MHz getaktet ist. Hier war noch nichts mit Dual-Core, Quad-Core oder sogar Octa-Core in Smartphones. Beim Speichern muss man hier mit 8 GB auskommen, da er nicht erweitert werden kann. Aber das reicht auch aus, da hier zum Beispiel die Bilder und Videos noch nicht so viel Speicher fressen, wie es bei heutigen Top-Geräten der Fall ist. Jetzt kommen wir auch schon zum ersten echten Negativpunkt und zwar hat der Akku eine Kapazität von 910 mAh. Man könnte denken, dass der doch locker ausreicht, wenn ein so Mini-Display betrieben wird. Das könnte auch stimmen, wenn man von heutiger Hardware ausgeht, wo Prozessor und die anderen inneren Bauteile einen nicht allzu großen Verbrauch erzeugen. Aber damals waren diese Dinge eben nicht so optimiert. Somit kann man davon ausgehen, dass man bei vielen Nutzungen irgendwann im Laufe des Tages zumindest einmal eine Steckdose aufsuchen muss. Da hilft auch wie gesagt das kleine Display nicht groß weiter, zu dem wir jetzt kommen. Das Display ist 2,6 Zoll klein und hat eine Auflösung von 400 x 320 Pixeln, was zu einer Pixeldichte von 197 Pixeln pro Zoll führt. Das war für damals okay, für heute ist das ziemlich wenig. Bei normaler Nutzung ist alles noch sehr gut zu lesen, aber wenn man sich das Display näher anschaut, sieht man eben schon deutlich, wie unscharf das Ganze eigentlich ist. Aber nicht nur die Schärfe lässt zu wünschen übrig, auch der Kontrast und die Farbwiedergabe sind für heutige Verhältnisse ehrlich gesagt scheiße. Als wir das alles nicht schon reichen, ist das Display nicht mit einer feldabweisenden Schicht überzogen worden, wie das momentan Standard ist. Das führt dazu, dass das Display innerhalb kürzester Zeit voll mit Fingerdopsel ist und zwar so stark, dass es echt stört und sogar spürbar ist. Somit ist man eigentlich gezwungen, so wie ich, eine matte Displayfolie auf das Display zu klatschen, damit die Bedienung nicht nervig oder sogar eklig wird. Alles in allem ist das Bild aber nicht ganz so schlimm, wie es sich anhört. Klar, man darf es nicht mit Geräten wie zum Beispiel im Samsung Galaxy S6 oder im iPhone 6 Plus vergleichen. Davon ist das Display meilenweit entfernt, aber es ist dennoch ausreichend und man kann damit recht gut zurechtkommen. Gleiches gilt auch für den Lautsprecher dieses Smartphones. Dieser ist auf der Rückseite angebracht und jetzt vom Klang her sagen wir OK. Bei zum Beispiel Videos versteht man alles gut, was gesprochen wird, aber so etwas wie Bässe oder einen riesen Klangumfang kann man hier nicht erwarten und wird man auch nicht finden. Die Lautstärke macht hier auch keine Ausnahme. Diese ist höchstens OK, hier hätte HP aber noch deutlich optimieren können. Das trifft auch auf die verbaute Kamera zu. Sie schießt Fotos mit 5 Megapixeln und filmt Videos mit einer VGA-Auflösung. Das entspricht 640x480 Pixeln, also nichts mit HD oder Full HD. Wie man sich denken kann, wenn man sich dieses Handy anzieht, haben wir es hier nicht mit einem Kameramonster zu tun. Die Fotoaufnahmen sind bei guten Lichtbedingungen akzeptabel, wenn man ein Auge zudrückt. Aber in Dämmerung oder in geschlossenen Räumen hat man hier nur noch eine Matschepampe. Mit Glück kann man auf den Bildern noch alles erkennen, aber kleine Details findet man hier keine mehr. So ähnlich sieht es auch bei Videoaufnahmen aus. Nur mit dem Unterschied, dass selbst bei gutem Tageslicht das Bild alles andere als knackscharf und farbig ist. Zusammengefasst lässt sich sagen, Videos und Fotos kann man damit machen, ja, aber unbedingt zeigen sollte man sie niemandem. Gleiches gilt natürlich für die Selfie-Kamera. Denn hier wird dieselbe Linse verwendet, da wir ja keine Frontkamera haben. Hier bedient sich HP einem kleinen Trick und zwar klappt man das Telefon aus und hat einen Spiegel auf der Rückseite, um so einigermaßen abschätzen zu können, ob man denn im Bild ist oder nicht. Einen weiteren Trick, wenn man das so sagen will, hat der Hersteller beim 3,5mm Klinkenanschluss angewendet. Da das Gerät zu klein ist, haben sie hier keinen Platz mehr gefunden und nun muss der Anschluss separat an das Smartphone gesteckt werden. Klingt bescheuert, sieht bescheuert aus, hat ein großes Verlierpotenzial, aber ist irgendwie was Besonderes. Aber nach aller Kritik noch etwas Positives, und zwar die Tastatur. Da das Display zu klein ist, um darauf anständig tippen zu können, haben wir eine Tastatur mit an Bord, die man mit einem wirklich sehr, sehr gut funktionierenden Schiebmechanismus ausfahren kann. Hier wackelt, kratzt und knarzt nichts, alles ist echt gut verbaut. Gleiches gilt für die Tasten. Diese sind gut zu ertasten, haben einen anständigen Druckpunkt, sind durch ihre Gummion griffig, nur die Größe ist natürlich wieder mal nicht jedermanns Sache. Mit ein wenig Übung und motorischem Talent geht das Schreiben damit aber ziemlich flott von der Hand. Und nun kommen wir zum eigentlichen Herzstück dieses Gerätes. Die ist Software, die macht so einiges wieder wett. Hier ist alles ganz einfach und übersichtlich aufgebaut. Man hat unten eine Reihe mit den Apps, die man am häufigsten benötigt, und ein, nennen wir es, Hauptverzeichnis, wo alle Apps kategorisch auf verschiedenen Seiten sortiert sind. Die Liste mit den wichtigsten Anwendungen kann man selbstständig selbst bestimmen und auch anordnen, indem man die Apps aus dem Hauptverzeichnis rauszieht und unten einfügt. Außerdem hat man einen Bereich mit Stelleinstellungen, der sich wie man es heute kennt, mit einem Wisch von oben nach unten öffnen lässt. Wenn man eine App öffnet und man durch einen Tipp auf das Touchfeld oder im Display wieder aus dieser rausgeht, bleibt sie als Karte auf dem Homescreen. Alle Apps, die hier aufgelistet sind, sind auch tatsächlich noch aktiv. Man hat sogar die Möglichkeit, die geöffneten Anwendungen dann nochmal nach eigenen Bedürfnissen zu ordnen, um mehr Übersichtkeit zu bekommen. Mit einem Wisch nach oben lassen sich dann anschließend die Apps komplett beenden. In Sachen Multitasking war WebOS seinen Mitstreitern damals weit überlegen. Wie erwähnt, ist der Bereich unter dem Display ein komplettes Touchfeld. Dadurch ergeben sich dann diverse Features, wie zum Beispiel gelangt man, egal wo man sich gerade im System befindet, mit einem Wisch von unten hoch auf das Display, jederzeit zu seinen wichtigsten Apps als Schnellzugriffe, die ich euch eben schon gezeigt habe. Außerdem könnt ihr mit einem Wisch nach links jederzeit einen Schritt zurück und mit einem Wisch nach rechts einen Schritt nach vorne gehen. Das klappt einwandfrei und ist wirklich sehr zuverlässig und intuitiv. Aber nicht nur der Bereich unter dem Display ist touchsensitiv, sondern sogar der komplette Rahmen. Dadurch hat man zum Beispiel die Möglichkeit, durch Listen zu scrollen, ohne dass der Finger einen Bereich auf dem Displayfeld deckt. Wieder ein Feature, das sehr praktisch ist und das Bedienen auf so einem kleinen Display wieder vereinfacht. Zu allerletzt muss ich noch die Geschwindigkeit ansprechen, denn die ist wirklich beeindruckend. Trotz der beschissenen Hardware ist die Bedienung rasend schnell und ohne eklige Ruckler. Hier ist das alte WebOS sogar noch dem heutigen Android voraus. So schnell wie das System hier dem Finger nachgeht, schafft nicht mal zum Beispiel einen Galaxy S6 mit Android-Lowipop. Einzig iOS ist in diesem Bereich ebenbürtig. Das war das Review zum HP VIA. Es ist ein sehr kleines, aber beeindruckendes Gerät. Nicht nur wegen der Größe, sondern vor allem wegen der Software. Und wenn man natürlich, wie ich schon oft gesagt habe, berücksichtigt, aus welchem Jahr die Idee stammt. Es ist wirklich beeindruckend. Es war tatsächlich meiner Meinung nach und ich denke auch von vielen anderen seinerzeit voraus, wenn man mal berücksichtigt, wie iOS oder Android zu dieser Zeit gelaufen sind, da war dieses Weg voraus. Mit so durchdachten Software-Features wie dem Touch-Display außenrum vom Rand oder sonstiges, was ich in dem Review erzählt habe. Das hätte ich gern gesehen, wie es weitergegangen wäre. Wie würde es aussehen, wenn HP bzw. Palm oder wie auch immer dieses Design weitergeführt hätten, WebOS weitergeführt hätten und wenn die App-Entwickler, also die Software-Entwickler weitergemacht hätten und das Gerät weiterhin bestückt hätten, wie das Ganze heute aussehen wird. Denn sie hatten einen guten Standpunkt. Es waren, wie gesagt, nicht nur gleich auf, sondern sogar weiter. Und wie das Ganze heute wäre, würde mich sehr interessieren. Und ich finde es sehr schade, dass es nicht dazu gekommen ist. Vielleicht hat WebOS, wie es jetzt aussieht, eine Chance mit Smart-TVs oder Smart-Watches, denn dort will LG Essence jetzt einsetzen. Ich muss Ihnen noch eins sagen. Ich hatte dieses Gerät vier Wochen im Dauereinsatz. Das war vor nicht allzu langer Zeit. Das war Ende letztes Jahres. Und es hat mich wirklich sehr gut durchgebracht. Man kann es kaum glauben. Man muss sich natürlich mit der Größe arrangieren. Okay, aber es hat funktioniert. Vier Wochen Dauereinsatz. Ich habe es damit geschafft. Ich hatte letztens ein Sony Ericsson Ray, auch ein altes Android-Gerät, das etwa gleich alt ist, sagen wir mal, und auch klein ist. Aber ich kam nicht so gut durch wie mit diesem Gerät. Und das spricht vor allem für die Software, die natürlich, wie ich schon oft gesagt habe, jetzt ihrer Zeit voraus war. Und ich würde gern sehen oder hätte gern gesehen, wie heutige Geräte damit ausgesehen hätten und wie sie laufen würden. Wenn Palm, beziehungsweise später dann HP, dieses Design hier, dieses Gerätes oder das Breed 3s weitergeführt hätten, die Software weiterentwickelt hätten und Softwareentwickler den App Store weiter bestückt hätten, wie das Ganze dann heute aussehen würde, das hätte mich sehr interessiert. Leider ist es nie dazu gekommen. Vielleicht, wenn ihr es ausschaut, ich weiß es nicht. Ihr könnt eure Meinung zu WebOS, zu diesem Gerät, zu allem, was damit zu tun hat, natürlich in die Kommentare schreiben. Ich lese das sehr gerne durch, beantworte auch einiges dazu, wenn ihr wollt. Ihr könnt das Video natürlich auch bewerten, mit Daumen nach oben oder wie auch immer, wie ihr wollt. Ich bin dafür Kritik offen und ich würde sagen, wir sehen uns dann zum nächsten Mal. Bis dahin, Tschüss!